Hallo und herzlich willkommen zu einem Video zum Thema Transparent Ledge oder auf deutsch sagt man auch mal D-Ledge. Wir haben in der Vergangenheit mal das hier betrachtet, diese Konstellation, dass man zwei Inverter über Kreuz schaltet, können auch noch Widerstände dazwischen sein, da war auch mal ein Motor, der hier sozusagen den Zustand umschaltet und es ist dann entweder hier 0 und hier 1, dadurch ist die 1 hier unten auch und hier die 0. Man sieht also, dass insgesamt eine positive Rückkopplung in dieser Doppelschleife in dieser 8 oder es gibt eben noch einen zweiten Zustand, wenn hier die 1 ist, dann ist hier die 0, also dann ist hier logischerweise 0 und hier wieder die 1 und das kommt hier auch hin. Da das hier digitale Gatter sind, die sehr stark abgeknickte Kennlinie hier so haben, das heißt hier in der Mitte sagen wir mal der Einfachheit halber, das seien 4,5 Volt, wäre theoretisch auch noch denkbar, dass wir hier 4,5 Volt, 4,5 Volt, 4,5 Volt, 4,5 Volt haben, aber das ist nicht stabil. Bei der kleinsten Störung hier schnappt es in einen der beiden Zustände, die hier angezeichnet sind, zurück. Und das brauchen wir natürlich eigentlich mittlerweile nicht mehr, aber es gab dieses Modell, machen wir es mal hier so rum, oder lassen wir es mal so, wo dann die beiden Sachen hin und her schnappen. Ich mache mal hier das obere, den oberen Inverter so, und der untere Inverter macht genau das Gegenteil. Zur Erinnerung, also man kann sagen, wenn hier die 1 ist, ist hier die 0, muss man sinnvollerweise auch in rot machen. So, und dann ist hier die 0 und hier die 1, so rum, und das sind genau diese beiden Zustände, oder eben in Schwarz, wenn die Wippe oben und unten andersrum steht. Und wir haben das dann erweitert, indem wir anstatt der Inverter zum Beispiel NAND Gatter genommen haben, die auch diese Überkreuz Struktur haben. So, und dann kriegen wir dadurch zwei Eingänge, und das hier wäre jetzt ein Set-Eingang, aber, also die sind normalerweise im Ruhezustand 1, die Eingänge, aber wenn der als Set-Eingang 0 ist, dann liefert dieser Ausgang hier auf jeden Fall die 1, das ist also unser Q, und wenn das hier auf die 0 geht, dann liefert das hier die 1, und das hier die 0. Also, wenn man will, kann man hier auch Q quer noch hinzeichnen. Wir haben dann das Symbol des Set-Reset-Flipflops, also hier ist unser Flipflop, hier ist Set und hier ist Reset. Hier jetzt nicht invertiert, man kann also auch noch Inverter davor machen, wenn ich hier und hier einen Inverter davor mache, dann ist Set und Reset mit positiver Logik. Und dann ist hier der Ausgang Q, und man kann natürlich auch noch quer einzeichnen, aber so ein Kasten mit Flipflop drin, Set-Reset-Q, haben wir als Set-Reset-Flipflop schon mehrfach eingesetzt, der Vollständigkeit halber hier auch noch mal die Ergänzung. Man kann die gleiche Schoße auch mit NOR-Gattern machen, sieht dann so aus, und geht auch hier wieder über Kreuz, und dann haben wir hier einen positiven Set-Eingang, und hier einen positiven Reset-Eingang. Wenn wir hier die 1 haben, dann ist der Ausgang hier auf jeden Fall low, also das wäre dann eher Q quer, und wenn wir Reset auf 1 haben, dann geht es hier auf jeden Fall auf low, das ist also Q, und das liefert, also wenn man so will, kann man sagen, dass diese Konstellation jetzt dem hier entspricht, und wenn S oder R, Entschuldigung, wenn beides, wenn S und R ein Quer haben, S quer, R quer, dann ist es eher das hier. Jetzt kann man aber noch einen anderen Weg beschreiten, und den wollen wir in diesem Video machen, und zwar können wir diese Struktur auch einfach erstmal anders hinmalen, nämlich so. Das ist genau dieselbe Geschichte, wir lösen diese über Kreuzlinien auf, da sieht man natürlich sehr schön die Symmetrie, hier kann man jetzt sagen, es gibt also hier gibt es ein oberes und ein unteres, und hier gibt es ein vorderes und ein hinteres Inverter, Gatter, und natürlich ist es die gleiche Geschichte, 0, 1, 0, dann wäre es quasi so und so, wenn man die Wippe so bauen will, oder wenn hier die 1 ist, dann ist hier die 0, und dann ist hier wieder die 1, ist natürlich genau dieselbe Geschichte, bloß anders hingemalt, aber mittlerweile kennen wir ja den CMOS Umschalter, und anstatt zusätzliche Eingänge hier mit NANDS oder mit NORS anzulegen, gibt es auch noch die Option, dass wir hier ein Umschalter vorne reinmachen, und einen zusätzlichen Dateneingang, und wenn man das sauber hinmalt, ich mache es gleich etwas ausführlicher, weil wir die Schaltung uns auch gleich gesteckt angucken, dann sieht es so aus, ich habe hier also meinen CMOS Umschalter, sagen wir, der ist im Ruhezustand nach unten hier in diese Richtung, also wenn der Umschalteingang hier 0 ist, dann ist er hier unten, und dann gehen wir durch zwei Inverter durch, erster Inverter, zweiter Inverter, und hier kommt jetzt die Rückkopplung, auch wieder eine positive Rückkopplung, weil wir durch zwei Inverter gehen, und hier haben wir jetzt unseren zusätzlichen Eingängen, und hier haben wir im Prinzip auch einen Eingang, aber das hier ist ein Enable, ich schreibe gleich mal LE hin, weil das für Ledge Enable, und das hier ist der D-Eingang, würde man sagen, und das hier ist unser Q-Ausgang, und das Ding hier, diese Struktur nennt man Transparent Ledge, oder findet man auch als D-Ledge, aber nicht verwechseln, es ist eben kein D-Flip-Flop, also das hier ist es nicht, dazu kommen wir noch, das ist etwas anderes, es ist ein Ledge, wo dieses Datensignal hier durchgeht, dann wird das zweimal invertiert, und dann kommt es auch hier wieder raus, also für Ledge Enable gleich 0, ist Q gleich D, also zweimal invertiert, aber es geht einfach durch, für Ledge Enable gleich 1, ist es aber hier oben, und dann haben wir hier die übliche Speicherung, die wir schon kennen, das Signal, das wir hier haben, wird zweimal invertiert, und geht wieder zurück, das kann also jetzt eine 0 sein, und dann zirkuliert hier die 0, oder das kann eine 1 sein, dann zirkuliert hier die 1, und das ist dann das Ledge, Ledge wie Türschloss, Türfalle, die schnappt dann zu, und dann ist das, was hier zuletzt durchging, das ist dann hier eingesperrt und bleibt hier drin, deswegen Ledge, und hier kann man sagen, Q ist gleich, und dann sagen wir hier Q alt, also das, was davor drin war, zu dem Zeitpunkt unmittelbar, bevor das hier umspringt, das ist das, was hier gefangen ist, und wenn Ledge Enable wieder auf 0 geht, dann wird es einfach wieder durchgeleitet, das wäre praktisch hier der Fall, wo es transparent ist, weil hier natürlich transparent das Ding hier durchgeht, man merkt gar nicht das, was dazwischen ist, es gibt natürlich eine ganz kleine Verzögerung durch die beiden Inverter, aber im Wesentlichen, es ist transparent, und das stecken wir und probieren auch mal aus natürlich, das heißt, wir machen hier hinten noch eine Indikator-LED hin, in meinem Aufbau habe ich die hier blau gemacht, und mit dem Vorwiderstand 3K9, und hier zum Umschalten machen wir einfach einen Taster hin mit einem Pull-Up-Widerstand, also hier sagen wir mal 10K als Pull-Up, und kleines K, hier unser Taster, und was man da auch oft so notiert, ist, dass man sagt, jetzt in dieser Richtung ist es ja offen, das heißt, hier kommt die 1 hin, und das wäre dann nach oben gekippt, das wäre also, wenn der offen ist, dann ist es als Ledge in seiner Funktion zu speichern, und wenn der Taster gedrückt ist, dann ist es transparent, oder was man häufig auch sagt, pass, also durchleiten, das kann dann passieren, oder meinetwegen auch transparent, also dieser Pfeil hin und her signalisiert sehr schön, welcher Zustand welche Bedeutung hat, und dann brauchen wir hier noch irgendwas, was durchgeleitet wird, das kann ein Sensor-Signal sein, wir können hier natürlich auch noch einen weiteren Taster machen, ich habe mich für das Beispiel dafür entschieden, hier einen Schmidt Trigger Inverter zu einem Oszillator zu ergänzen, das heißt, wir haben hier einen Rückkopplungswiderstand, das ist jetzt eine negative Rückkopplung, aber die wird verzögert durch den Kondensator hier, und diese verzögerte negative Rückkopplung lässt das Ding schwingen, also wer das nachbauen möchte, ein Megaohm habe ich hier oben, ein Mikrofarad hier unten, und das, damit ich nicht zu viele ICs verwende, habe ich hier einfach auch Schmidt Trigger Inverter verwendet, dann sind die drei aus dem selben IC, das ist also hier drei Sechstel 40106, und dann zum Nachbauen, heute mal wieder die PIN-Nummern, 6, 7, dann habe ich hier von 11 nach 10, und von 9 nach 8, und hier ist PIN 7 Ground, und hier ist PIN 14 die positive Versorgungsspannung, und das ist ein Drittel aus dem 4053, und das sind die PIN-Nummern, da hat es also jetzt drei verschiedene Möglichkeiten, ich habe mich für das entschieden, was hier den Steuereingang am PIN 11 hat, und PIN 12 ist dann hier, und PIN 13 ist dann hier, dann brauchen wir das hier noch, das ist PIN 14, liegt alles alles schön beieinander, 11, 12, 13, 14, und dann brauchen wir für dieses IC noch die Spannungsversorgung, damit man die Schaltung auch schön bauen kann, und üblicherweise zeichnet man das zum Beispiel hier rechts hin, dann machen wir hier also nochmal das IC 4053, und dann sind hier drei PINs an GND, und ein PIN an die plus 9V, der hat keine 14, sondern 16 PINs, das heißt das ist PIN 16, und hier GND ist an PIN 8, und dann hat es aber noch einen weiteren GND, PIN 7, und noch den Inhibit, der muss auch an GND, PIN 6. Wir besprechen das IC nochmal genauer auch in einem der kommenden Videos, und dann geht es ein bisschen mehr auch in Richtung PIN 678, was die da genau für eine unterschiedliche Funktion haben, aber für hier reicht das, wir haben also hier den Oszillator, vielleicht machen wir hier auch noch eine Signal LED hin, hier habe ich mich für grün entschieden, gehen wir hier nach links, und weil grün relativ effizient ist und hell leuchtet, habe ich hier auch wieder 10K anstatt 3K neu, damit es ein bisschen ähnliche Helligkeit hat wie hier, und wenn ich mir das jetzt angucke, dann sage ich, okay, das ist ein vollständiger Schaltplan, PIN 6, 7, ja fast, ne, hier habe ich auch noch die Spannungsversorgung, also das ist alles korrekt, hier ist der eine Umschalter, die andere nicht verwendet, und hier noch die Spannungsversorgung für das IC, also das scheint mir vollständig zu sein, und jetzt können wir uns natürlich von der ordnungsgemäßen Funktionsweise überzeugen, ich ziehe hier die Schaltung rein, und wir sehen hier, wunderbar, ich sehe hier oben das 40106, und hier das 4053, das hier sind die Drahtbrücken, die mit den PIN-Belegungen in der gerade gezeichneten Schaltung übereinstimmen, hier ist also der Taster und hier der Pull-Up-Widerstand dafür, der Taster kann Ground tasten, und falls er das nicht tut, kommt hier 9 Volt über den 10K rein, hier sind die beiden LEDs, die grüne kommt direkt von den Schmitt Trigger-Oszillator hier oben, und die blaue kommt hier von rechts, wo die beiden Inverter hier also von diesem PIN auf diesen, und von diesem PIN auf diesen, diese Drahtbrücke hier macht die beiden hintereinander geschalteten Schmitt Trigger-Inverter, und von hier geht es quasi durch die beiden durch, und dann hier wieder zurück, das ist also diese Rückkopplungsschleife, und von hier kommt alternativ das Oszillator-Signal rein. Und jetzt gucken wir es uns natürlich an, ich gebe die Batteriespannung drauf, und wir sehen, die blaue leuchtet hier jetzt zufällig 1, das könnte auch 0 sein, das könnte raus sein, und der Oszillator blinkt lustig vor sich hin, und wenn ich jetzt hier drauf drücke, das war ja der Zustand Pass oder Transparent, wenn ich hier drauf drücke, dann sieht man, dass die blaue und die grüne LED exakt das gleiche machen, und in dem Moment, wo ich loslasse, übernimmt die blaue LED den letzten Zustand, den sie hat, also ich probiere es mal bei An, 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 und wenn ich dann die Taste loslasse, dann sieht man, es bleibt an, und wenn ich wieder reingehe, jetzt, dann macht sie wieder alles mit, und wenn ich dann, wenn es aus ist, An, Aus, An, Aus, dann bleibt die blaue LED aus, wenn ich da rausgehe, also es entscheidend ist, wann ich loslasse, An oder Aus. Und man kann natürlich auch, manchmal macht man auch solche Geschichten, dass man diesen Oszillator hier oben sehr sehr schnell laufen lässt, im Kilohertzbereich, und wenn der Trigger hier kommt, sozusagen, dann wird der Zustand übernommen, also quasi das im Normalzustand hier an, und dann wird die ganz, ganz schnelle Frequenz hier durchgehen, und wenn ich das loslasse, dann habe ich einen zufälligen 0 oder einen zufälligen 1-Wert, weil die Verbindung hier oben, also dieser Oszillator, so schnell hin und her schwingt, dass es quasi zufällig ist, wenn ich hier loslasse. Das ist das Transparent Ledge. Es hat schon ein paar Anwendungen für sich alleine, aber wir werden natürlich auch kennenlernen, wie man mit Transparent Ledge kompliziertere Strukturen, komplexere aufbaut. Kompliziert nicht wirklich, aber etwas komplexer, wo man dann Zählen und Schieberegister und D-Flipflops, also da kommen noch viele Strukturen. Deswegen, das ist jetzt hier eine wichtige Grundlage für das, was kommt. Bis dann, viel Spaß und bis zum nächsten Video. Tschüss! Untertitelung des ZDF für funk, 2017